Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS22 News Video. Giants hat zur Feier der Gamescom einen extra Trailer gemacht und noch ein paar Bilder für die Premium Expansion veröffentlicht. Ja und hier gibt es auch einen Aufreißer Text, den ich jetzt hier nur auf Englisch habe. Der sagt so viel wie, es ist Gamescom Zeit Leute und sie haben ganz tolle Sachen vorbereitet und sie freuen sich ganz toll. Die Packs, mal gucken, ja die Premium Edition ist voll gepackt mit tollen Inhalten und so weiter und so fort. Und sie sagen auch noch, wenn ihr in Köln seid, also auf der Gamescom, dann sagt Hallo und ihr könnt die Bude von Giants gar nicht verpassen. Und es ist die eine Bude mit dem John Deere 8R. Also die haben sich da einen extra Traktor reingestellt. Das ist doch cool. Die Gamescom startet heute am 23.08. und geht bis Sonntag, den 27.08. Und ist natürlich gepackt mit Leuten und Spieleherstellern und Abenteuern und so weiter. Jetzt gucken wir uns hier mal diesen Trailer an. Natürlich wieder ohne Musik, wegen Copyright und so. Also in echt ist da jede Menge Musik dabei. Und hier geht es nicht nur um die Premium Expansion, aber hauptsächlich. Man sieht aber auch ein paar Sachen aus Silverand Forest zum Beispiel. Die bewerben im Prinzip jetzt alles, was es im LS22 bisher gab. Das entspricht auch der Premium Edition, die den LS22 mit beiden Season-Passen enthält. Sechs Karten, das sind sie natürlich super stolz. Ich glaube sechs offizielle Karten gab es noch nie. Ich finde das schon auch cool, so viele Karten. Ja, und hier sieht man im schnellen Wechsel alle möglichen Geräte. Göweil, Peck und Traubenernte und Kastenich gesehen. 20 Fruchtarten. Hier die Landschaften sind zum großen Teil auf Zilonka aufgenommen. Die Landschaftsausnahmen. Was ich schon cool finde, gefällt mir. Hier sieht man noch ein bisschen mehr von der neuen Karte. Jo, also hier sagen sie auch Premium Edition. Soll man vorbestellen und so weiter. Unter Medio findet ihr einen Link zum Vorbestellen, falls ihr das tun wollt. Und hier haben wir noch ein paar Screenshots von, ja, neue Bilder von Geräten vom Premium Packs, also von der Premium Expansion, die zusammen mit der Karte Zilonka am 14. November erscheinen. Und hier ein Bett, naja, was ist denn das für ein interessantes Gerät? Es hat einen Tank. Ich glaube, in der Liste könnte man das schon mal feststellen. Gucken wir doch mal. Also es hat einen ziemlich großen Tank. Das hier sieht fast aus wie eine Spatenmaschine. Das sieht aus wie eine Scheibenegge. Es ist also irgendwie ein Kombigerät. Und irgendwas wird hier auch in die Erde eingearbeitet. Sonst bräuchte es ja keinen Tank. Gucken wir mal. Von Bettner gibt es einen Seeder, also eine Sämaschine, einen Saatguttank, eine Powerherrow ist, glaube ich, eine Hacke. Und ein Subsoiler gibt es auch, einen Tiefenlockerer. Das sind die Bettnergeräte. Also irgendeine Kombination von diesen Bettnergeräten. Weil das sind alle Sachen von Bettner. Nun ja. Vielleicht wisst ihr ja, was es mit dieser Kombination auf sich hat. Vielleicht ist es auch gar keine Kombination. Es wirkt nur auf mich so. Als wäre da halt ein Tank. Und ja, einige von euch wissen bestimmt, was das für eine interessante Kombination ist. So, und hier sehen wir von DeWolf eine der Erntemaschinen. Es ist ein Vierreihiger. Und was wird hier gerade geerntet? Auf jeden Fall irgendwelche Rüben. Vielleicht sind das die rote Beete, die hier geerntet werden. Ein Selbstfahrer. Jo, sieht irgendwie anders aus als die sonstigen Aufnahmen von diesem Vierreihigen Erntegerät. Und hier haben wir so eine Maschine, die die Dämme macht. Und hier so eine Spezial-Sähmaschine, die in Reihen sät, aber feines Saatgut. Und hier haben wir die Kombination von zwei Mähgeräten. Ah, und wenn man da im Hintergrund sieht, die hat auch eine Funktion zu schwaden. Ist also vergleichbar mit dem Pöttinger. Ist jetzt nur die Frage, wie viel das dann in-game kostet. Weil die Pöttinger-Kombi finde ich leider immer relativ teuer. Und es wäre ja ganz schön, wenn die ein bisschen billiger wäre. Dann würde ich die gerne benutzen. Und hier noch ein Landschaftsbild. Ja, und das war es von dieser Info zum Start der Gamescom. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch einiges an zusätzlichen Infos kriegen. Vielleicht kommt ja auch mal ein Livestream oder was auch immer. Vielleicht wird auch was nachgereicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Fahrt ihr zu Gamescom oder nicht? Ja, und freut ihr euch, wenn ihr zu Gamescom fahrt, schon auf den Stand von Giants und dem LS? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!